Musik Musik Also Mädchen, hierher bringen die Regierenden unseres Landes, Mamis und Dedys Steuergelder und dann bauen sie davon Maschinen zur Vernichtung der Welt. Verstehen ihr? Buongiorno, Admirale. Mit dieser neuen, unübertrefflichen Rucolabaratur wird jeder Torpedo, der sein Ziel verfehlt hat, automatisch Geld machen und presto flotti zu seiner Heimatbasis zurückkehren. Sehen Sie sich doch diese Darstellung an, Prego. Gekauft. Grazie, Admirale. Andiamo, Mausi. Tag, wie geht's? Sehr erfreut. Ist mir ein Vergnügen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Also, Sie sind auf einem U-Boot eingepfercht. Seit sechs langen, langweiligen Monaten auf See eingesperrt mit immer denselben Getränken und widerwärtigen Kerlen. Und plötzlich gibt es nur noch eins, woran Sie denken können, dass Sie von Wasser umgeben sind. Und zwar kommt es von allen Seiten auf Sie zu. Was können Sie tun? Was können Sie tun? Ich sage Ihnen, was Sie tun können. Jetzt gibt's das neue Regenerationsraumsystem. Ja, es enthält über 101 wundervolle malerische Orte. Bildschöne Panoramen, durch die das Wort Klaustrophobie der Vergangenheit angehören wird. Ich sage Ihnen, mit diesen hübschen Dingern an Bord sind Sie absolut alle sorgenlos. Mehr noch. Es gibt keinen einzigen Grund, die Jungs jemals wieder nach Hause zu bringen. Wie finden Sie das? Äh, äh. Habe ich eigentlich schon unseren Vergütungsplan erwähnt? Äh, gekauft. Wer sie ist? Der Vertatigungsminister ist sehr ärgerlich. Er möchte mit Ihnen über die Stände ansprechen. Merleys. Serious? Hei. Sir, wollen Sie endkits, Sir? Verzeihung, Sir, ich hatte ein paar Fragen zu den Rüstungsausgaben des Verteidigungsministeriums. Hören Sie meine Stimme stört? Kann ich auch tiefer sprechen. Ich bin der Onkel von Eddie Bursey. Bei der nächsten Wahl gebe ich meine Stimme meiner Nachbarsnocke. Lutz, Schaufanzugträger! Jungs, Freunde! Lutz, Schaufanzugträger! Heute sprechen wir ein paar feine Worte über die USS Standard, das neue Tarnkappen-U-Boot. Das Budget dafür ist überschritten. Können Sie sagen, Budget ist überschritten? Überschritten? Ich wusste, dass Sie es können. Admiral Mattis, da Sie die Verantwortung tragen für das neue Tarnkappen-U-Boot-Programm, richten sich die nächsten Worte an Sie, denke ich. Bereit? Der Präsident will die Standard im Wasser sehen. Und zwar in einer Woche. Herr Verteidigungsminister, meine Vertragspartner versichern mir, mit nur weiteren 2,5 Milliarden Dollar können wir die Standard, sagen wir, bis nächsten Frühling fertigstellen. Können Sie sagen, in einer Woche? In einer Woche? Ich wusste, dass Sie es können. In einer Woche? Ha! In einer Woche! Ich glaube, das wird Mr. Wetschwood gar nicht gefallen. Mr. Wetschwood, Sir, wir haben ein Problem, Sir. Wissen Sie, was das Problem an der heutigen Welt ist, Blutung? Was denn, Mr. Wetschwood, Sir? Es gibt einfach nicht genug Kriege. Kriege, die etwas in Schwung bringen. Hat nicht der Kalte Krieg genau das für die Industrie bewirkt? Jetzt ist er vorbei. Wenn nur wieder Krieg wäre, dass ich noch ein Vermögen machen könnte. Man will, dass der Lappe stauft, Herr Standard. Ich meine, Stapel auf, Sir. Nun ja, in einer Woche stattfindet, Sir. Ich dachte, Sie würden für den nötigen Aufschub Sorge tragen. Ich habe versucht, es Ihnen zu erklären. Ich sehe, Sie aber... Wissen Sie denn nicht, worum es geht bei der Verteidigung der Nation? Sie waren völlig unbeeindruckt. Die US-Substandard wird in einer Woche im Wasser sein. Wir werden unter den gegebenen Umständen natürlich hier und da ein paar Einsparungen vornehmen müssen. Ja. Biff Banner. Ich habe schon öfter kitzelige Situationen erlebt. Ich war Käpt'n in einer Football-Mannschaft. Irgendwie bin ich immer durchgekommen. Aber jetzt, ich weiß nicht, ich esse nicht, ich schlafe nicht. Alles fing an diesem Tag an. Mein erster richtiger Auftrag. Das Kommando über die USS Bongo. Alles lief ganz super. Wir fahren direkt auf die Küste zu! Oh mein Gott! Naja, vielleicht nicht ganz so super. Wir werden auflaufen! Wir werden auflaufen! Geben Sie uns einen Befehl! Ich weiß nicht, vielleicht möglicherweise den Ballast rausblasen. Das klingt nach einem Befehl! Fels Halsam! Fels Halsam! Fels Halsam! Ich weiß nicht, Doc, seit diesem Vorfall bin ich wie gelähmt. Also irgendwie völlig aus der Bahn geraten. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, mein Nervenkostüm ist zerrüttet und ich habe solche Gefühle, solche komischen Gefühle und ich versuche, verzweifelt diese Gefühle... Auf den Boden, Muttersöhnchen und 50 Liegestütze! Was? Du hast schon verstanden, Schleimbeutel! Die Fresse auf die Erde, los! Ja, Sir! Sie sind ein Totalausfall als Kommando, Banner! Ich bin sehr zufrieden bei der Navy, Sir! Zufrieden? Die Navy ist aber nicht zufrieden mit Ihnen! Klappmesser! Ja, Sir! Eins! Was? Hier zähle ich! Eins! Was ist los mit Ihnen, Banner? Was lässt Sie glauben, dass man Ihnen ein Kommando geben sollte? Weil ich mit Menschen umgehen kann, Sir? Eingesprungene Froschrocke! Doppelzehr schnell! Eins! Halt! Aber wir wissen schon, warum Sie weiche Knie bekommen wie ein Hosen voll gerappelter Rehpinscher jedes Mal, wenn Ihnen René wie irgendein Kommando anvertraut. Nicht wahr, Banner? Ja, Sir, wissen wir's, Sir. Still gestanden! Schulter zurück, Bauch rein, Kinn runter! Muss ich Ihnen etwa die wahren Gründe, warum Sie nicht schlafen können und die wahren Gründe, warum Sie nicht essen können, erst noch sagen, Mr. Oberphobiker? Nein, die brauchen Sie mir nicht zu sagen. Welcher Navy-Soldat fürchtet sich vor Situationen, in denen die Decke zu oder in der man abgesoffen ist? In was? Ich weiß nicht, Sir, aber ich werde der Sache auf den Grund gehen, Sir. Sie sind schon auf dem Grund, Banner. Also, was fällt Ihnen dazu ein, Mr. Waschlappenfurz? Tja, wir scheinen voranzukommen morgen um dieselbe Zeit, Sergeant. Aye, aye, Sir. Oh, ha, Entschuldigung. Banner, meine Gratulation. Ein Kommando wie auf Sie zugeschnitten. Ein Kommando, Sir? Ein Kommandos-Höntchen. Sie wurden auserwählt, die US-Substander zu kommandieren. Halten Sie mich für den richtigen? Sie werden sich doch von einer Kleinigkeit wie einem auf Sand gesetzten U-Boot eine steine Karriere wie die Ihre nicht versauen lassen, oder? Ja, aber so ein U-Boot ist groß, Sir. Immer löcheln. Immer löcheln! Also, bitte lächeln! Achtung, fotografische Apparat ist nun in Bereitschaft. Sehr gut. So. Schnappen! Maulwurf, egal was es kostet, bringen Sie das Ohr und ins Wasser. Ja, Sir. Und dann will ich, dass Sie mir die absolut schlechteste Kuh schicken. Ja, Sir. Wie den Dreck, die Irren, den Abschauen, den Kaputten. Das Mieseste treibt gut dieser Erde. Und Maulwurf. Ja, Sir. Ich will Sie in der Crew haben. Sie werden meine Augen sein, Sie werden meine Ohren sein, aber es geht natürlich um Ihren Arsch. Gern, Sir. In einer Woche, Sir. Ich werde Ihr Auge sein, ich werde Ihr Ohr sein. Es geht um meinen Arsch. Es ist nicht zu fassen. Wir sind knapp mit Material und Arbeitskräften und jetzt das. Sind Sie absolut hundertprozentig sicher, dass das alle Pläne sind, die die geschickt haben? Ja. Und sind Sie sich absolut hundertprozentig sicher, dass es in einer Woche im Wasser sein soll? Ja. Und was sollen wir mit dem Rest davon machen, Mann? Keine Ahnung, Boss. Ich weiß nur, dass Sie ein Loch haben, so groß wie ein 57er Chevy und zwar haben wir es hier. Los, verschwinde da! Jo. Also gut, ein 57er Chevy kommt sofort. Los, Beeilung, baut ihn ein. Los, los! Hat Spaß gemacht. Klasse! Ein Bier, bitte. Malwe, Kräuter, Ingwer oder Malz? Äh, Malz? Vanille, Erdbeer oder Schokolade? Äh, Erdbeer oder Schokolade? Äh, Erdbeer oder Schokolade? Lade. Oh, das ist jetzt sehr, äh, danke. Hey, seht mal wer da ist, seht mal wer da ist! Ich hab' eine Idee, noch einmal bitte! Ich hab' eine Idee, noch einmal bitte! Nein, 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 Jungs! Nur einmal! Ja, ihr seid für die Kraft! Ja, gut, ja, gut! Also, pass auf! Ja, ja! Ja, ja! Es kann losgehen! Ja! Ja! Du bist drauf! Du hinten! Ich auch! Ich auch! Ja! Ja! Oh! 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 Sie, äh... Oh! Das... Das tut mir wirklich furchtbar! Sie glauben gar nicht, wie warten Sie... Sie, Idiot! Hören Sie auf! Warten Sie! Ah! Wachen Sie doch mal! Weg, weg, weg! Oh! Ah! 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 Wie... Wie können Sie es wagen?! Es war ein Notfall! Es tut mir leid! Äh... Sie... Sind... Das... Äh... Hören Sie, Michaels... Ich... Ich wollte das nicht! Das überrascht mich nicht! Nichts, was Sie tun, konnte mich jemals überraschen, Benner! Es war doch nur, weil... Ich... Äh... Es... Es war ein übles menschliches Versehen! Ein Versehen? Oh! Dann habe ich Ihnen wohl doch wenigstens ein bisschen was beigebracht! Ja, Sie haben mir allerdings was beigebracht! Sie haben mir beigebracht, die Finger von Ausbilderinnen wie Ihnen zu lassen! Komm her, Würstchen! Hey, hey! Na! Nicht so schnell! Genau! Sie blödian! Sie sind der Grund dafür, dass die Akademie eine ihrer besten Ausbilderinnen verloren hat, die sie jemals hatte! Ach ja! Es freut mich zu erfahren, dass meine bescheidenen Bemühungen die Qualität der Ausbildung an der Akademie so gewaltig verbessert haben! Nichts wie weg hier, Jungs! Die haben samtweiche Hände, die Jungs! Keine Sorge, die arbeiten für mich! Ich muss jetzt gehen, Jungs! Macht's gut! Hört mal, das muss ein Irrtum sein, ihr habt den Fall schon erwischt! Könnt ihr nochmal auf eurer Liste nachsehen? Naja, so viel zur militärischen Intelligenz! Seid ihr sicher, dass er Benner gesagt hat? Nicht, äh, äh, Penner oder, oder Brenner oder, ähm, äh, ui! Oh, wow! Äh, sehr beeindruckend! Wollen wir ins Kino gehen? Äh, verstehe, ihr kennt den Film, was? Okay, before... Folgen Sie mir! Diese Jungs werden Befehle von mir entgegennehmen? Hm? Das sieht sehr gut aus! Wirklich gut! Sehr anständig! Danke, Sir! Äh, durch diese Hohlegasse muss ich kommen. Äh, können Sie bitte mal den Schlitten Trommelstand mit meiner Nasen... Danke! Äh, ich muss nirgends wieder durch, und ich werde wohl, wenn ich mich verwicke... Ich hätte, das ist die Person von Jericho... 20 Minuten geht die Sonne unter! Äh, hör auf! Ich will, dass niemand dieses Ubo bei Tageslicht zieht! Haben Sie verstanden, Ganser? Oh, das so! Wo ist Penner, der Penner? Hier mit ihm! Hm, na, hups! Gratuliere, Penner! Danke, Sir! Ähm, sie ist eine große Nacht für Sie, mein Junge! Na doch mal los! Äh, Meryl Malice, wenn man die Langverzögerungen und die lächerlichen Kostenüberschreitungen bei diesem Projekt bedenkt... Meinen Sie nicht, dass es vielleicht ein klein bisschen sehr perfekt geraten... Diese Gentlemen begleiten Sie zur Pressekonferenz! Los, mitkommen! Ich habe keine Schwierigkeit! Ich will aber nicht! Was soll das? Was habt ihr mit mir vor? Leben Sie wohl! Danke, Sir! Danke, Sir! Das war ein Vier-Sterne-General, der mir eben die Hand... Und früher habe ich im Garten den Bach umgeleitet! Auf bald, ihr Trottel! Kommen Sie endlich! Aha! Hey, Jungs! Die Luke ist hier drüben! Hey! Was macht ihr denn mit meinen Hosen? Ist das gar nicht meine Mannschaft? Es sind nur noch 10 Minuten bis zum Auslaufen, Sir! Ihre Crew ist bereits an Bord, Sir! Ach wirklich? Wie wäre es, wenn wir dahin gehen, wo auch die anderen liegen? Darf ich Ihnen behilflich sein, Sir? Ja! Das war flott! Reiß dich zusammen, Biffo! Und... Immer locker! Schon gut! Okay, 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 okay... Ich bin Anson Skiff, Sir! Zwölf Jahre Marine-Akademie, Sir! Letztes Jahr hatte ich fast den Abschluss geschafft, Sir! Tja, äh, versuchen Sie es weiter! Rührt euch! Rührt euch! Wahnsinnig guter Befehl, Sir! Sehr nett! Gütiger Himmel! Was bin ich froh, dass Sie sicher an Bord gekommen sind, Captain, Sir! Kriegt man ja solche Mützen, ist ja toll! Ja, die Rechnung kriegen Sie später! Hoppla! Verzeihung! Ja, aber mein Konto... Ja, Sir! Ihre Crew erwartet Sie, Sir! Gut! Dann, äh... Kommen Sie doch bitte hier rum, Sir! Ja, ich versuch's ja, ähm... So wird's nicht gehen, Sir! Der Wille ist da... Gehen Sie doch einfach gerade durch, Sir! Äh, wo? Geradeaus! Immer geradeaus! Immer der Nasenspitze entlang! Nasenspitze, ja! Sehr gut gemacht, Sir! Wer? Achso! Das tut mir sehr leid, Sir! Tut mir sehr leid, Captain, Sir! Es ist alles ein bisschen beengt hier! Ha! Sie meinen eher, äh... Beschränkt! Beschränkt! Hm? Richtig! Beschränkt! Ja! Sehr beschränkt! 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 Wahrscheinlich liegt's an mir! Immer wieder nur an mir! Aha! Sind, äh... Sind das die, ähm, ersten Offiziere? Äh, das sind unsere einzigen Offiziere, Sir! Hm, dann sind Sie möglicherweise ein wenig zu schick! Ah, okay! Äh, das ist unser Navigationsoffizier! Hm... Randy McNally! Zwölf Jahre taktische Navigation, Sir! Taxifahrer! New York! Stoßzeit! Hm, toll! Kampferfahrung! In welchen Schlachten haben Sie gekämpft? Äh, in der Schlacht der Borgobar! In der Schlacht im Glasscherbenviertel! Und im einwöchigen Grateful Dead-Konzert im Garden! Gut, führen Sie mich weiter! Oh, äh, Sie sind aber ganz schön in Form! Ja, Sir! Danke, Sir! Das ist Officer Quenglich, Sir! Und was ist Ihr Fachgebiet, Matrose? Äh, das weiß ich! Ich, äh, weiß die Antwort darauf! Nur, äh, einen Augenblick noch! Er ist unser Kommunikationsspezialist! Kommunist! Ich hab's zuerst gesagt! Kommunikationsspezialist! Ja, aber er hat zuerst gesagt! Ich hab's zuerst gesagt! Wie auch immer, ich bin überzeugt, wir werden oft kommunizieren! Wie meint er das? Wie meint er das? Ist das vielleicht was Persönliches? Nein! Ich meine, ich komme nämlich aus den Bergen und ich kann, äh, 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 Quizraten! Und ich kann Footballbälle einfetten! Sind Sie etwa, äh, nervös? Nein! Unruhig! Hektisch! Aufgeregt! Ah! Angespart! Haha! Erwischt! Aber ganz ruhig, das ist ja kein Test! Kein Test! Kein Test! Kein Test! Äh, das ist Officer Sonar, Sir! Was? Was? Sie müssen unsere Sonar-Expertin sein! Na, hab ich recht? Ihre Mutter ist bestimmt sehr stolz auf Sie! Welche Mutter? Naja... Äh, Sir, das ist Turbo, unser Chefingenieur! Außerdem ist der Doppelweltmeister im Rechts-Links-Strecken! Oh, toll! Dann sind Sie es ja gewohnt, an hochentwickelten, komplizierten Maschinen zu arbeiten, nicht wahr? Kein Problem, Sir! Ah, fein! Äh, schon mal auf einem Atom-U-Boot gearbeitet, Turbo? Ach, Sir! Hat man eins gesehen? Hat man alle gesehen, Sir! Ah, ja! Ja! Hm? Haben Sie denn schon mal eins gesehen? Äh, das würde ich nicht so sagen, Sir! Hm, nein! Und das ist Officer Apple, Sir! Er ist unser Computerexperte! Vier Jahre Grundschule, doppelt großes Gehirn! Ja, dann wird das ja eine sehr wichtige Lernerfahrung für dich sein, nicht wahr? Das glaube ich kaum! Ich habe schon alle Betriebsanleitungen auswendig gelernt! Hm! Und alle Schallpläne und alle Code und alle Vorschriften und alle Diagramme und alle Tabellen und alle Beschreibungen! Geht das weiter? Wunderbar! 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 Das ist unser besonderer Beobachter, durch Minister Neber selbst zugeteilt! Die beste in Ihrem Kurs auf der Marineakademie! Experte für Schiffsprotokollführung! Oh! Zwei Jahre aktiver Dienst auf einem U-Boot, Sir! Großartig! Na, also schon viel besser! Hm? Äh, Sie können gehen! Oh, ja, Sir! Was tun Sie hier? Besonderer Beobachtungsauftrag, Captain! Und beobachten was? Sie, Sir! Ah! Jede Ihrer Bewegungen, jeden Regelverstoß, den Sie begehen, werde ich beobachten! Ja, ja, das habe ich alles schon mal gehört! Und all das, was Sie treiben, kommt in meinen Bericht an Minister Neber! Mann Gottes! Hab ich eine Angst! Hab die Hosen voll! Bin zu tot erschrocken! Äh, Captain! Ich habe Gänsehaut! Ihre Crew! Mir bricht der Angstschwein! Ich habe Gänsehaut! Ihre Crew! Mir bricht der Angstschwein! Rann an den Speck! Rann an den Speck! Gute Idee! Also, ran an den Speck! Nein! Ich habe meine Beine! Nein! Ich meinte! Ich meinte! Ich meinte! Ich meinte! Arbeiten! 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 Was macht denn mit Speck über Luft? Uh! In Speck, mein Körper, geht's zum richtigen Speck! Dann hat er nichts Späck, das soll einer kapieren. Ach, erst ran an den Späck, dann Eier mit Späck. Augenblick noch. Eins will ich mal von vornherein klarstellen. Sie denken doch, ich habe mich hier reingemogelt, nur um Sie in einem unachtsamen Moment auszutricksen und Ihren Job zu bekommen. Ist das so? Genau, und sicher haben Sie gedacht, Sie könnten mich fertig machen. Jederzeit und wo immer ich bin. Aber du wirst von ganz allein untergehen, Freundchen. Sie sein, Baby. Du schaffst es nicht. Was Sie einfach nicht schlucken können, ist, dass ich hier der King der Obermots bin. Ich allein führe hier das Kommando. King Obermots, Papp! Er wird sich nie ändern. Seit dem Tag, als ich ihn getroffen habe, hat er versucht, mich zu unterminieren. Sie hasst es, wenn ich das letzte Wort habe. Das war schon immer so. Sie wählen meinen Job, aber sie kann ihn nicht kriegen. Wissen Sie, was Sie sind? Gleich weiß ich's. Sie sind starkköpfig, unsensibel, aufgeblasen und inkompetent. Aufgeblasen. Bleiben Sie mir bloß vom Leib, Michael. Wird mir ein Vergnügen sein, Captain. Ihr Befehl, Sir? Countdown zum Auslaufen starten? Ein super Befehl, Sir. Wirklich reizend, Sir. Vielen Dank. Danke. Countdown zum Auslaufen starten. Mit dem größten Vergnügen, Captain. Wir fangen bei zehn an. Und zwar, weil jeder andere auch bei zehn anfängt. Ist niemand hier? Super beobachtet, Sir. Einen Augenblick doch. Sekunde. Können wir nicht noch einen Moment warten, weil es ist nämlich noch niemand. Es ist niemand da. Schnell, tun Sie was. Ja, Sir. Danke. Auf Ihre Plätze. Auf Ihre Plätze. Aber schnell. Jetzt sehr mutig. Und würde jetzt jeder bitte, äh, seine Arbeit aufnehmen? Eins. Töne. Töne. Äh, volle Kraft. Funktioniert der richtig? Ja. 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 Äppel, fertig machen zum Fluten der Tauchzellen für Tauchfahrt. Ja, Sir. So nah, Sie geben Bescheid, wenn irgendetwas vor uns rauftaut. Bäh, taucht. Quenglich. Funk abschalten, wir spielen Leiseträter. Das reicht. Persikor Kusp ausfahren. Moment mal, was ist das? Nein, ich bin es, Sir. Ja. Hey, hier los. Was ist das? Geier, geht denn hier vor? Hä? Los, mein Mann! Oh, oh. Ähm, hey. Raus, nichts von draußen. Ich bin im Turboh. 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 Was ist das? Oh. 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 Hirschgewein. Gut. So bleiben. Ja. Braver Junge. Was haben Sie gesehen, Captain? Nichts. Der Deckel ist auf der Linse. Ah, ich werde ein Vermerk machen. Gut. Oh, hochinteressant. Den werde ich fertig machen. Wann werden wir die Standard für immer los sein? Wir werden ein paar Tests mit dir machen. Das dürfte reichen. Ich werde die Standard vom Festland aussteuern. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Mr. Woodswald. Äh, Woodschwert. Sie sorgen mir dafür. Na ja. Ich mag keine Enttäuschung erleben. Aha. Au, meine Nüßlein nightmare. Aha. Können Sie mich vielleicht irgendwo absetzen, Sir? Gut,IR. Warum dann nicht am besten... selbstwork hier? Ms. Schl greenle Зartvoc als Drittem, zum weißen haines James. Und sagen Sie dem Präsidenten, der soll pünktlich sein. Blockbuch des Kapitäns. Genaues Datum. Äh, naja. Ich, Biff, Benner, habe die Standard fest unter meinem Kommando. Alles läuft bestens. Sieht man mal von Michaels ab. Unsere Miss Oberkorrekt. Unsere Miss, ich werde jedes kleine Bisschen in meinen Bericht schreiben. Und ich habe mal gedacht, dass sie ganz süß ist. Oh Mann, lass dich eines Besseren belehren, Biffo. Sie, ausgerechnet sie, hat dich aufgeblasen genannt. Aufgeblasen? Hat sie gesagt. Ist das zu glauben, Leute? Äh, fein. Hey! Hoppla, hoppla! Meli ist ein Maulwurf. Meli ist ein Maulwurf. Breaker, Breaker, Bronco, Basta, 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 Breaker, Breaker. Ach, ich mag das lieber. Operation Bechlein machen. Äh, Sir, Operation was, Sir? Bechlein machen. Ich verstehe nicht. Machen? Bechlein machen. Was machen, Sir? Mechlein machen, Sie Idiot! Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Sie werden stolz auf mich sein, Sir. Äh, hier spricht Maulwurf. Ich habe verstanden. Ofen und aus. Äh, Sir. Ich habe verstanden. Bummi, Stammfahrt! Bummi, Stammfahrt! Wie würdest du wetten? Ich würde wetten, das Boot macht's noch zwölf Stunden, der Käpt'n noch zehn. Dieser Clown von der Bongo hält höchstens noch fünf Stunden durch. Ach, geht doch kein Quark. Schiffsjunge! 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 Tja, die Männer sind gar nicht schlecht. Ich sollte auch mal wieder was essen. Also nicht die Männer, sondern, äh, Öha. Ein echter Regenerationsraum? Willkommen im Regenerationsraum. Hier können über 100 wunderschöne, idyllische Landschaften zu ihrer Erholung und ihrem Vergnügen simuliert werden. Also dann, weitermachen, Jungs! Ich sollte die mal fragen, ob sie... Wir kommen im Regenerationsraum. Na, der wollte mich auch. Hose fast voll. Ich fahre mit. Doch nicht. Lass mich raus. Lass mich raus. Sie können mir nichts vormachen, Michaels. Ich weiß, warum Sie auf diese Mission mitwollten. Sie sollten es endlich kapieren. Ich wurde für diese Missionarsstellung eingeteilt und ich bedauere es zutiefst. Das Einzige, was Sie bedauern, ist, dass Sie nicht ganz oben sind. Ach, ist das so? Ach, ist das so? Ach, ist das so. Ach komm, Sie hören mir doch auf, versteckt zu spielen. Wir wissen doch beide, dass Sie schon immer am Huder eines versenkbaren, langen Dings wie dem hier sitzen wollen. Deck 3, unterdrückte Gefühle und sexuelle Anspielungen. Wenn ein Ruder dran ist, kann ich Sie auch... ...amerikanische Radarstücke. Standort unbekannt. Sie dummer S.A.C.K. Ja, geben Sie mir die US-Standard. Ich habe das Oberkommager. Also, Sie da, raus. Was? Verbinden Sie mich. Entschuldigen Sie, Sir. Möchten Sie vielleicht die Orientierungskurzbesprechung mitmachen? Natürlich. Ah, Orientierungskurzbesprechung. Ich werde mich kurz fassen, denn sie ist kurz, äh, wie die meisten kurzen Dinge. Äh, kurz, kurz gesagt werde ich... Gut, ein paar persönliche Dinge zu Standard. Seite 107. Die Zahnvorrichtung ist ein System zur Schallaussendung, das sich eines ketischen Klangmusters bedient und... Keti, was? Fragen Sie mich. Entschuldigung, es tut mir leid. Ketus, ein Wal, Skiff. Jeder wird sofort denken, wir wären ein großer Wal. Oh, das ist ein Fisch. Vielleicht möchte uns der Käpt'n in dem Zusammenhang über die, äh, mehr technischen Aspekte des Ganzen aufklären? Natürlich, die Techn... Ähm, tja, das... Nur zu. Das ist einfach so etwas wie, äh, das ist, äh, das steht doch alles hier drin. Haha, Turbo, genau rechtzeitig. Wollen Sie uns nicht etwas über die technischen Aspekte der Standard erzählen? Äh, sie ist aus Metall. Ah, ja, sie ist aus Metall. Super. Ich such das mal raus. Äh, Quenglich. Ja, Sir? Äh, können Sie uns eine der hauptsächlich, sächlichsten Ziele dieser Mission aufzählen? Ist das, ähm, ist das sowas wie eine Fangfrage? Über Fangfragen steht hier nichts drin. Fangfragen, ich weiß das wirklich nicht. Ach, wenn ich es nur wüsste... Was Ziel dieser Mission ist... So nah? Ist es zu spät, um eine Versetzung zu bitten, Sir? Oh, das ist eine Frage, die einige interessante Aspekte bietet, die auch vielleicht andere interessieren könnte. Äh, äh, wer weiß. Hier, Admiral Mellis, ich rufen die Standard. Umschalten auf Basisfernsteuerung. Überraschung! Gut, auf Basisfernsteuerung umschalten. Ich muss das sagen... Officer Apple, schalten Sie auf Basisfernsteuerung um! Ja, Sir! Warten Sie, ähm, als Käpt'n habe nur ich hier die Kontrolle zu... Wir gewonnen so zerronnen, was Käpt'n? Äh, äh, ja... Äh... Ganz ruhig, Biffo. Ist lange her, Matrose. Aber man sagt, zwei Dinge vergisst man nie. Eines davon ist Fahrradfahren und, äh... Das andere habe ich vergessen. Fertig für den Looping der Looping's! Looping der Looping's? Adieu, ihr Trottel. Der Stabilisator bricht! Das Problem! Halt fest, Wunder! Halt doch! Halt es den Fetz im Himmel schreiben, sie bricht untereinander! Könnte ein Problem werden! Fester Juhu! Schatz! Die Doppisatoren biegen sich durch! Sir, können Sie mich hören da oben! Hier unten ist die Zumba-Zamba! Macht's euch noch Spaß? Alle Abteilungen auf der Brücke, Mann! Unser Funk ist zerstört, Sir! Oh, mein Käpt'n, ich habe hier Kommando! Die Käpt'n, Dienstvorschrift 3, 2, 4, 9, stellen ausdrücklich fest, dass die Kommandierenden... Gehen Sie runter von hier! ...dass die Kommandierenden Offiziere während des Manövers die Brücke nicht verlassen sollen! Manöver? Das nennen Sie ein Manöver? Dankeschön, Rutschliche! Es geht nicht! Schrecklich, kommen Sie mit! Keine Panik, Boss! Wir sind schon unterwegs! Wir brauchen hier eine 37er Schor-Relle! Eine 37er Schor-Relle! Rohrstelle! Ja, und hier, das müssen wir fest reindrücken! Und hier oben eine Gummis droppen! Gummipuppen! Komm! Turbo! Warte, ich komme runter! Ja, Sir! Kommen Sie runter! Ich muss da runter! Kommen Sie runter, Sir! Ich komme runter! Oh, tun Sie endlich, Sir! Genau, ich komme runter! Ja, Sir, erlaubt uns runterzukommen, Herr Teich, Sir! Jetzt komme ich runter! Da kommt er! Willi, vorbei! Ich komme raus! Er kommt zurück! Das war super! Klasse, Sir! Kommen Sie runter! Ich komme wieder runter! Ja, Sir! Klasse, um noch maligen runterkommen, Sir! Käpt'n, warum gehen wir nicht auf der Treppe runter? Ich komme auf der Treppe runter! Ja, Sir! Kommen Sie auf der Treppe runter! Okay! Er ist doch das! Oh! Ich habe es drei gesagt! Ich habe es drei gesagt! Ich habe es drei gesagt! Aber ich habe es drei gesagt! Okay! Na gut, wir haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das nur gemacht? Sitz die Kiste auf dem Riff und du brauchst Rettung für dein Schiff. Dann hilft nur einer und zwar Biff. Biff, Banner. Jawohl. Kommt. Sitz die Kiste auf dem Riff und du brauchst Rettung für dein Schiff. Dann hilft nur einer und zwar Biff. Biff, Banner. Was muss man denn tun, damit man hier ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt kriegt? Ich schenke Ihnen Aufmerksamkeit. Erstens, Captain, haben Sie das Schiff gerettet. Okay, aber das ist reines Glück gewesen. Zweitens, haben Sie die Brücke verlassen, um der Crew zu helfen. Aber Sie haben die Brücke verlassen. Können Sie ihr folgen? Ganz und gar nicht, Sir. Und alle Antriebssysteme arbeiten. Gentlemen, ich habe sie eben umdisponiert. Und es ist ohne Schiffs offensichtlich wieder stabil. Fertigmachen für den Abgrund. Er schickt uns in den Abgrund? Den Abgrund? Den Abgrund. Sir, kein U-Boot hat bis jetzt den Abgrund überstanden. Na, was haben Sie jetzt dazu zu sagen? Admiral Malice ist unser Oberkommandierender, Sir. Wenn er uns in den Abgrund schicken will, dann ist es unsere Pflicht, in den tiefsten, tiefen Abgrund zu gehen. Der will doch nur sehen, ob ich das aushalte. Hier. Ich bin bereit. 100 Fäckchen. 100 Fäckchen. Ja, gut. 150 Fäckchen. Pumpen an. Tiefer. 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 150 Fäckchen. Allergabe. Allergabe, Dankenmaß. 600 Fäckchen. Blöde Frage, aber wie tief kann so'n Ding gehen? Sehen Sie die Nadel? Wenn die in den roten Bereich kommt, ist Feierabend. Neuergabe. 800 Fäckchen, wir sind über eine Meile tief. Die Hülle hält den Wasserdruck nicht aus, Sir. Sagte er Wasser? Nein, Sir, das war deutlich Wüste. Tja. Haben Sie jemals ein zerquetschtes U-Boot gesehen? Ist kein schöner Anblick. Da kann es auf einer kleinen Brücke wie der hier ganz schön beengt werden. Sagte er beengt? Nein, Sir, nein, Sir, er sagte besenkt. Verstehen Sie? Besenkt. Ah, klar. Verstehe ich. Besenkt. Er sagte, hier ist es beengt. Ja. Herrje, beengt. Ja, ja, beengt. Das war's, was ich verstanden hatte. Käpt'n! Käpt'n! Hören Sie mich! Käpt'n! Sie müssen sich davon freimachen! Falls Sie es noch nicht wussten, dieser Mann hat Angst vor Wasser und engen Räumen. Sir! Sir! Alles in Ordnung, Sir? Biff! Dann gib uns mal schnell einen Befehl, Schätzchen. Basisfernsteuerung abschalten! Und niemand verlässt die Brücke! Ist das klar? Ja! Ja, die Basisfernsteuerung ist abgeschaltet. Alle Systeme unterstehen wieder einmal Kontrolle, Leute. US-Standard hat auf Eigensteuerung geschaltet. Das wird Mr. Wittschmutz nicht gefallen. Wer bin ich? Ich meine, wo bin ich? Biff! Biff! Biff, bitte! Hören Sie, hören Sie zu! Ich kann Ihnen helfen! Wir können drüber reden! Ich glaube, ich weiß, was Ihnen fehlt. Ja, erinnern Sie sich, wir haben in der Klasse darüber gesprochen. Da haben Sie das vergessen! Hören Sie, ich muss... Sie müssen sich beruhigen und sich benehmen wie ein Käpt'n! Oh, genau, Frau! Ihr könnt über 100... Es gibt Menschen, die wissen, wie man so etwas behandeln kann! Ach, das reicht! Jetzt reicht's! Mr. Shale Wood, äh, Wittsch, äh, ich fürchte, ich habe schwächte Neuigkeiten für Sie, Sir. Ah. Ja, äh, die Standard hat den Abgrund überstanden. Ich hätte nie gedacht, dass irgendetwas den Abgrund überstehen könnte. Ich verstehe. Aber keine Sorge, Mr. Moorwittsch, die Standard wird untergehen. Dafür sorge ich. Muss ich denn wirklich alles selbst machen? Mr. Wulschmann, Sir, spielen Sie an Ihrem Apparat rum, Sir? Der Satellit wird ins sowjetischen Gewässer niedergehen. Sie sorgen mir dafür, dass die Standard losgeschickt wird. Ich bin wieder auf zusammen. Im sowjetischen Gew... Ja, aber dieser Satellit ist mit einer Atombombe bestückt. Ganz genau. Und die Standard wird zerstört werden. Und ich bekomme meinen herrlichen kleinen Krieg. Jener auf seinen Posten. Setzen Sie Kurs auf 1-9-7. Wir fahren nach Hause. Moment mal, ist ja gar keiner da. Ich habe doch gesagt, Sie sollen hierbleiben. Edson, kommen Sie raus da. Sir, ich habe soeben eine... Holen Sie die Crew, holen Sie sie. Na los. Kann ich machen. Jungs, Jungs, ich glaube, es ist besser, ihr kommt da raus. Keine fünf Minuten hat man seine Ruhe hier. Hier sind Sie, Sir. Beeilung und verhören. Ja, ja, ist ja schon gut. In all meinen Dienstjahren habe ich nie eine Mannschaft gesehen, die dieser hier an Inkompetenz gleichgekommen wäre. Äh, Sir, ich... Zum Glück ist das nur eine Übungsfahrt. Mit so einem dämlichen Haufen würde ich nicht mal eine Straße überqueren wollen und noch viel weniger auf eine richtige Mission gehen. Äh... Was ist das? Das ist eine richtige Mission, Sir. Admiral Malice befiehlt uns heimlich in sowjetische Gewässer einzudringen, dort einen amerikanischen Satelliten zu bergen und die Atombombe zu entschärfen, die er trägt. Sir! Jetzt sofort? Naja, irgendwann so die nächste Stunde. Wäre ganz gut. Wir fahren nach Hause. Äh, entschuldigen Sie, Sir, aber wenn Admiral Malice... Unser Oberkommandierender befiehlt, dass... dass wir einen abgestürzten Satelliten bergen sollen. Ist es dann nicht unsere Pflicht, den abgestürzten Satelliten zu bergen, Sir? Ja! Tja, das ändert die Sache. Wir sitzen ja wohl alle in derselben Kiste, was, Leute? Oh, so nah. Magnally! Magnally, Sir! Oh, oh. Haben Sie kürzlich Captain Banner gesehen? Captain Banner? Kürzlich Captain Banner? Oh, der ist da drin! Danke. Oh, hey. Was? Haben Sie kürzlich die Brücke gesehen? Da oben. Da oben. Oh, hey. Das kann ich gut brauchen. Das ist gut. Wahrscheinlich liegt's an mir. Ja, wahrscheinlich liegt's nur an mir. Willkommen im Regenerationsraum. Hier können über 100 wunderschöne, idyllische Landschaften zu Ihrer Erholung und Ihrem Vergnügen simuliert werden. Wow. Captain! Ähm... Äh, Skiff. Willkommen. Gehen Sie hin in Frieden. Gut, Sir. Ja, Sir. Aber ich denke doch, Sie sollten sich das hier mal ansehen. Ich darf meine perfekte Konzentration nicht stören. Oh, sicher, sicher, Sir. Selbstverständlich, Sir. Ein Vorschlag. Sie vollenden Ihren Patt und wenn er drin ist, gehen wir zurück auf die Brücke. Äh, fairer Vorschlag. Okay, ich stelle mich hier drüben hin. Ich warte einfach hier drüben auf Sie, Sir. Gleich hier drüben, Sir. Fertig? Ja. Alles klar, Sir. Gut. Oh, tut mir leid, Sir. Ähm... Sir, ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie laut alles ist, wenn man versucht, leise zu sein? Haben Sie schon mal bemerkt, wie laut atmen wird, wenn man leise sein will? Ich mach das jetzt nicht mehr. Ich werde nicht mal mehr atmen. Ich werde den Atem anhalten für Sie, Sir. Sehr gut. Ah, Verzeihung. Ah, mir leid, Sir. Na, Sie sehen ja, ich würde doch nur alles verbocken. Tja, sicher, ich war mal ein Star-Quarterback. Das Objekt endloser Schweicheleien, aber das ist jetzt alles vorbei. Ich bin jetzt im Ruhestand und... Ach, du heiliger Strohsack, sowjetischer Satellit. Eine Atombombe? Was für ein Pech, Frau... Oh, Vorsicht, Sir. Entschuldigung. Sir, Sir, Sie sind der einzige Mensch auf dieser Welt, der diese Crew einigen und zu diesem Satelliten bringen und die Bombe rechtzeitig entschärfen kann. Höchst eigenartig, ja. Aber, Sir, aber ich glaube, ich glaube, wenn Sie nur an sich glauben würden, dann würden alle an Sie glauben. Und glauben Sie mir, dann könnte jeder an jeden glauben, Sir. Das würde ich Ihnen ja gern glauben, aber dann müsste ich erst mal verstehen, was Sie da gerade gesagt haben. Washington, D.C., für unchristlicher Zeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Bombe explodieren würde? Der automatische Zeitzünder ist auf zwei Stunden nach dem Aufprall eingestellt. Ich glaube, ich werde heute mal freundlich sein und die Sowjets von der ganzen Sache in Kenntnis setzen. Sie... Ich denke, wir alle hier sind uns einig, dass wir damit in die Scheiße treten können. Also... Mr. Verteidigungs... Vergessen Sie mal den ganzen... Das ist ruhiger Quatsch. Sehen Sie es mal so. Nehmen wir an, ein geheimer sowjetischer militärischer Spionagesatellit würde in unsere Gewässer plumpsen. Randvoll mit Geheintechnologie. Würden wir zum Beispiel denen glauben, wenn sie uns erzählen würden, dass sie mit nuklearen Waffeln bestückt ist? Das wird ein heikler, ein sehr heikler Tag im Pentagon. Also Leute, wenn wir wirklich als Team zusammenarbeiten, dann kann nichts schief gehen. Ich ahne, es wird alles ganz, ganz wundervoll. Sie werden stolz auf mich sein, Sir. Ich werde Sie nicht im Stich lassen. Sowjetski, Radarstützpunkte, Standorti, Unbekannte. Hä? Haben Sie Gneiski? Amerikanski U-Bot in unser Ozeanski. Tja, wir wollen Frieden, aber die wollen nichts. Oh! Oh, Genosse! Es ist die Substandard! Die Substandard? Die Substandard Aufético. Das hat schon gesagt. Musik Hören Sie etwas? Kamerad, ich glaube, ich höre doch Kerle singen. Kamerad, wir haben die Substandard ausgemacht. Oh, prima. Wo? Hier. Sie ist direkt. Ah, wo? Da ist sie. Die Jagd beginnt, Kamerad. Wissen Sie, was ich denke? Keinen Schimmer. Der ganze Zauber um Amerikanski Tarnkappenbomber. Ist sich nur riesiges Täuschungsmanöver. Niemand würde so viel Geld für etwas so Dummes ausgeben. Der Tarnkappenbomber? Ist sich nur Täuschung für das, was Sie haben wirklich vor. Das wäre? Zu bauen und lassen in Wasser Ihr Tarnkappen-U-Bot. Die Substandard. Da. Oh, da kriege ich Haut von ganz. Ja, das ist ja. Satellit treibt weiter in östlicher Richtung auf das sowjetische Festland zu. Oh Mann. Momentane Position 60 Grad nördlicher Breite. Sir, ein sowjetisches U-Boot verfolgt die Substandard. Heiliger Torpedo. Admiral, es ist die Pink November. Die Pink November? Ach, verflixt, dann war die Mission wohl die längste Zeit geheim. Rufen Sie lieber die 6. Flotte. Und weisen Sie sich sofort an, die Standard gegen jede feindliche Aktion zu schützen. Auch wenn es bedeuten würde, sie zu zerstören. Die Pink November. Sehen Sie, Kamerad. Amerikanske Armada kommt auf uns zu. Na stopp. Mal sehen, was er sagte zu diesem. Ja, mein Flottenverband leert sich der vierten, nee, fünften, nee, sechsten Flotte. Ach ja? Na dann wollen wir doch mal sehen, was die dazu sagen. Ach ja? 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 Ach da? Oh ja. Auweia. Was ist? Wir werden verfolgt. Wovon? Von einem U-Boot. Von was für einem U-Boot? Einem sowjetischen. Doch nicht die Pink November. Doch. Tankvorrichtung anschalten. Oh Mann. Sie ist verschwunden. Verrschwunden. Jetzt haben Sie bloß nur den Ball da. Einen Ball? In Jatski. Hoshi, komm zu ihr da, du. Kann ich über den Ball? Kann ich weg tun, das ist das größte Ball in Nordwell. Du größt, Mil. Mil! Haipune 3. Wir werden verfolgt. Verfolgt? Wovon? Von einem Boot. Und die Tarnvorrichtung ist eingeschaltet? Ja, selbstverständlich. Was für ein Schiff ist das? Echt? Was ist das? Das ist ein Haipune, Sir. Warum? Nun, wahrscheinlich denkt jemand, wir wären ein großer Wal, Sir. Warum? Nur mir viel. Auwege. Tarnvorrichtung ausschalten. Jawohl. Torpede, Rob. Torpede Nummer 1, abfeuern. Nostravie, Substantaci. Wir werden angegriffen. Werden angegriffen. Maschinenraum, volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Alle Decks sicher. Alle Decks. Jeder auf seinen Posten. Auf seinen Posten. Sona, Tarnvorrichtung aktivieren. Tarnvorrichtung. Skiff. Skiff. Bitte. Tut mir leid, Sir. Okay. Na, verfällt. Sackelzement, was für Fisch. Meine Frau legt sich nieder. Ja, Sona. Stellen Sie die verdammte Tatvorrichtung ab. Da ist sie wieder. Feuer, Witschki. Holen Sie Benner. Ganz wie Sie meinen, Sir. Nein. Ich hole ihn. Vorbei, Arschlochski. Willkommen im Regenerationsraum. Hier können über 100 wunderschöne, idyllische Landschaften zu ihrer Erholung und ihrem Vergnügen simuliert werden. Verdammt. Oh, toll. Da, also, da liegt ja gar nicht schlecht. Ich nehme Sie mit zurück auf die Brücke, Käpt'n. Da ist nämlich Ihr Platz. Geh mir aus der Sonne, sprach schon die Erhogenes in der Tonne. Jetzt reicht's. Hoppla. Stopp. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich zurückgehe und den Käpt'n mache für diese Bekloppten. Warum nicht? Weil Sie mich nicht mögen. Alle rechts mit denen ein Putsch. Ich sag Ihnen, die mögen mich einfach nicht. Ja, verstehe. Sie hassen mich. Nein. Nein. Werden Sie jetzt mit mir zurückkommen oder nicht? Tolle, bitte. Ich gehe Nummer 10 abfeuern. Oh, ich habe mir einen Spieker eingezogen. Ja. Ach, das ist doch wirklich lächerlich. Es war ein toller Abschlag. Ja. Wirklich. Und ich habe mich gerade so wohl gefühlt. Ja. Und Sie sagen ständig, Sie sind der Käpt'n. Dann seien Sie doch endlich der Käpt'n. Na gut, einen Käpt'n wollen Sie? Ja. Ich zeige Ihnen einen Käpt'n. Fall. Klüvermast, Brassen. Scheibt die Luken und dreft ihr an. Faules Matrosenpack. Großes Treibweiß fällt voraus. Zort die Riemen. Alles an die Ruder. Sir. Sir. Nicht jetzt. Sehen Sie nicht, dass ich gerade gut drauf bin. Auf irgendwas scheinen Sie tatsächlich drauf zu sein, Sir. Nur was? Das und das. Rechts, links. Finde. Ha. Ha. Ich hoffe, jetzt bin ich Ihnen Käpt'n genug. Denkstrauen. Lichtet Anker. Koch Kaffee. Käpt'n. Ha. Was gibt's, Mat? Wir fahren auf ein Eisfeld zu, Sir. Was? Ein Eisfeld. Direkt vor uns. Die Pink November kommt immer näher. Wir sind verloren. Ha. Das dürfen Sie nicht sagen. Darf ich nicht. Dürfen Sie nicht. Nein, es gibt einen Ausweg, Frau. Könnten wir dann einen Befehl bekommen, Sir? Ha. Wir wollen ja nichts überstürzen. 30 Sekunden bis zur Kollision. Wo ist dieses Eisfeld? Direkt vor uns. Und wo ist diese Pink November? Ha. Nein. Wo ist die dicht? So dicht? Das nenn ich mal dicht. Sir, meinten Sie vielleicht, wir könnten doch ausnahmsweise eine überstürzte Entscheidung treffen? Ja, das versuch ich doch gerade. Ich meine, Herr, 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 mir zu. Dies ist ein Schiff der Navy. Und Sie sollten sich wie Offiziere der Navy verhalten. Wow, kein Wunder, dass die Sie nicht mögen. Sir? Ah. Ein Befehl? Äh. Per Sikloskop ausfahren? Ja. Nö. Ah. Kolopeditschki Nummer 12, Abfeuer. 15 Sekunden bis zur Kollision. Mit dem Korped oder mit dem Eisfeld? Suchen Sie sich was aus. Sir, wie sieht's aus? Wie wär's mit deinem Befehl? 10 Sekunden. 9. Käpt'n. 8. 5. 7. Tauchen. 6. Tauchen. Ich gebe ihr die Kommandos. 4. Ballast rausblasen. Was? Ballast rausblasen und sofort alles hinter mich. Ja. Ja. Wir hin. Ah. 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 Selvus und auf Wiedelsehen. Aufwärts. Ah. 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 Gebrauch ab. Ah. 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 Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Ja, geschafft! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Das bedeutet, dass wir eine richtige Crew sind, nicht wahr, Sir? Oh ja! Oh! 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 Captain, sehen Sie sich das an! Da, 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 da! Satellit nur 100 Meter Steuerbord voraus! Er muss entschärft werden! Ja, absolut doch! Captain! Die Bombe in den Satelliten wird in 30 Minuten und 44 Sekunden hochgehen! Sie könnten das Mini-U-Boot nehmen? Könnten damit zum Satelliten rüberfahren? Könnten reinkriechen und könnten sie entschärfen? Ja, ja, aber das Mini-U-Boot ist ein wenig be... Besenkt? Nein, beengt! Und abgesehen davon gibt's jede Menge drumherum... Hüste? Wasser! Oh! Also, ähm... Ich denke, Sie sollten jetzt übernehmen, okay? Nein! Biff, biff! Das wäre doch eine spitzenmöglichkeit für Sie, Ihre Phobien zu überwinden! Nein, nein! Es kommt alles in Ordnung! Das wäre doch klasse! Nein, wäre es nicht! Es wird Zeit, dass Sie Captain werden! Das ist eine einmalige Chance! Nutzen Sie sie! Oh, fein! Wie Sie wünschen! Sie wollen einen Captain? Ich zeig Ihnen einen Captain! Danke! Danke erst mal, Michaels! Oh Mann! Hier hat's ja reichlich, äh, äh, Wüste rundherum! Und... Er schafft es ganz bestimmt! Logisch! Logisch! Ah, da ist der Satellit! Abducken jetzt! Brums, Brums, Vorsicht! Jetzt! Dann! Und... Rein da! Sei bloß vorsichtig, du könntest du gerissen werden! Ich muss versuchen, es zu schaffen! Du musst tun, was ich gar nicht tun will! Sei bloß vorsichtig, bitte! Ähm, äh, äh... Kennen wir uns? Ja, Sir! Name ist Maulwurf! Maul? Der! Maulwurf! Sie meinen? Exakt, Sir! Und Sie haben die ganze Zeit... Aber natürlich! Hm, okay! Äh... Was ist das? Die Bombe! Die Bombe? Die Atombombe! Ja, Sir! Ähm... Entschuldigen Sie bitte! Äh, ich... Äh... Herr Reim? Da hat jemand geklingelt! Äh... Nicht um mich kümmern! Ich muss Sie bitten, davon Abstand zu nehmen, diese Bombe zu entschärfen! Ich bedauere! Ich, äh... Nehme zur Zeit keinerlei, äh... Bitwünsche an! Er wird es ganz bestimmt schaffen! Logisch! Logisch! Ja! Diese Bombe kann nicht entschärft werden! Keinesfalls, keine Chance! Egal, was Sie auch versuchen! Da haben wir es! Patsch! Wieder mal eine schöne Pfanne! Schöne Falle, in die Sie die Verkäufer von Wedgewood... Oh Gott! Ich... Ah! Das macht mir die Arbeit erst so viel leichter! Ach! Hören Sie Maulwurf! Dieser Job, äh... Ich... Ich sag Ihnen das wirklich ungern, aber... Sie haben da nicht viel Zukunft! Der Job ist spitze, mit Überstundenregelung und Altersversorgung! Herr, was reden Sie da? Herr, das ganze Pentagon blickt auf Sie ehrlich! Ehrenwort! Ich kenn mich da aus! Wetten, das? Hören Sie auf, Maulwurf! Sie sehen, Sie sind fern! Sir, Sie haben es geschafft! Ist Ihnen klar, was Sie gerade getan haben? Nein, was? Sie haben Ihre Phobien überwunden! Äh... Hab ich? Ja! Wasser! Äh... Wasser? Ich hab... Ich hab... Ich hab geschafft! Beengte Räume! Das Mini-U-Boot! Ja! Ist doch reizend hier drin! Also, so ein Käpt'n zu sein, ist bestimmt eine Supersache! Nein! Nein! Könnte ich Sie hier verarschen? Ich hab Ihnen ja gesagt, er wird es schaffen! Käpt'n, Sie werden stolz sein zu hören, dass wir für unseren Teil auch nicht untätig waren! Die sechste Flotte ist bereit, uns zu eskortieren, aber wir müssen uns beeilen! Ja, aber wir können nicht weg, Ihr kleiner Plan hat nicht funktioniert! Aber Sie haben die Bombe doch entschärft! Nein! Sie ist unentschärfbar! Das ist ja vollkommen unbegreiflich! Es ist unleugbar! Es ist unvorstellbar! Es ist unvorstellbar! Sir, Sir! Aber Sir! Was bedeutet das jetzt? Tja, wir schalten um auf Plan B! Plan B? Plan B? Was ist Plan B? Ich habe den Satelliten an den Anker gebunden und wir werfen ihn in den Abgrund! In den Abgrund? In den Abgrund? In den Abgrund! Äh... Kurs auf den Abgrund nehmen! Wir versenken ihn da drin! Unsere einzige Chance, die Welt noch zu retten! Melden Sie der sechsten Fluse! Wir kommen! Äh, Flotte! Ei, Ei, Sir! Da gibt's nur ein Problem! Mhm! Das kann ich mir nicht vorstellen! Ui, ups! Ist ja komisch! Sieht gar nicht nach der sechsten Flotte aus! Das sieht vielmehr nach einer großen, bedrohlichen russischen Flotte aus! Schon wärmer, Käpt'n! Hat denn niemand gesagt, dass wir eine Bombe haben? Bombe? Quatsch! Sie sind ungezingelt! Sie können verlassen unsere Gewässer unter reiner Bedingung! Sie müssen Satelliten zurücklassen! Sie haben 30 Sekunden! Morgen essen wir Schneeier! Wie lautet Ihre Antwort, Kapitän Banner? Kapitän Banner, wie lautet Ihre Antwort? Kapitän Banner, wie lautet Ihre Antwort, Kapitän Banner? Karasov-Reinchen! 19! 18! Käpt'n, ich denke, wir sollten ganz klar und einfach die Kette kappen und Ihnen den Satelliten überlassen! Das ist eine sehr gute Idee, Sir! Siehst du, so ist das Leben! Oh! Was? Käpt'n? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10! Auszeit! 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 Was? Gut, so haben wir eine kleine Atempause! Wow! Quenglich, geben Sie mir die internationale Vermittlung! Ei und Doppel Ei, Sir! Auszeit! Auszeit, ja! Wir nehmen eine Auszeit! Ja, ja! Hallo Vermittlung! Ja? Geben Sie mir Joe! Hier ist Biff! Biff wer? Ach so, ja! Biff Banner! Warum nicht gleich? Hey, alter Junge, hier ist Joe! Hey, Joe! Wie sieht's denn so aus? Uh, sieht ziemlich haarig für dich aus, Biffo! Und, äh, der Feind ist stark! Wenn du das hier falsch anpackst, gibt's am Montag jede Menge schlechte Kritiken zu verdauen! Richtig! Ah, also, was meinst du, was wir tun sollen? Die Spielzeit ist fast um, und du stehst ziemlich schlecht im Feld! Jetzt ein Ballverlust könnte den dritten Weltkrieg bedeuten! Ziemlich fies, hm? Ja, ziemlich fies, Biffo! Unter diesen Umständen würde ich sagen, Befreiung! Äh, Befreiung? Schone deine Knie, Alter! Befreiung! Äh, bist du sicher? Natürlich, aber du entscheidest, Biff! Alles klar! Alles klar! Bis dann! Sie haben hoffentlich einen Vorschlag, Benna! Berufen Sie ein Haddel der sechsten Flotte ein! Ein Haddel? Ein Haddel! Haddel! Ah, da ist das Haddel! Sehr gut gemacht! Was ist denn ein Haddel? Was ist denn ein Haddel? Haddel! Also dann, sechste Flotte, zuhören! So läuft das Spiel! Wir fangen an, wie beim Football üblich! Und dann gehen wir auf Rutterhund sieben! Genau, gut! Dann drauf, dann fünf, runter! Ja, das übernehme ich! 27, 36, 92! Einen 97 Suite mit einem Reverse! Okay! Okay, geht klar! Kann ich machen! Gut! Und wenn ich dann jetzt sage, dann hopp, hopp, hopp und ab geht die Post! Fertig? Auf zwei! Jaaaah! Ich bin ein M! Ich bin ein A! Ich bin ein V! Ich bin ein V! Ich bin ein Hübschen! Ich bin ein Hübschen! Hier sind wir hoch über der Beringsee! Es ist ein herrlicher Tag für einen globalen Konflikt! Die große Frage ist, kann Benna das wieder noch umreißen? Und deshalb kann man ohne Übertreibung sagen, das wird das größte Spiel seit Anfang der Geschichtsschreibung! Also dann Freunde, die Welt sieht zu! Und fertig! Bereit schon! 48! 52! Grün! Gelb! A! 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 Also dann Leute! Ihr geht zurück! Das wird eine Befreiung! Sir! Gehen wir in Formation!! Ihr geht immer noch zurück! Es wird eine Be-Eine-Be-Eine-Be-Eine-Be-Ne-Be-Einen-Be-A! Moment mal! Täuschung!!! Eppel! An's Ruder! Gefänglich! Schub! Bewegung, Bewegung! Toolarm und gib mir Gas! Vollgas! Machs jucken! Kuffitsch! Er läufst die Nauf-und-jave presumably! Was? Die Bluffe. Melden Sie es, der Pink November. Machen Sie das, Nini Nitschubo. Die Pink November ist in Dichtung auf den Fersen. Und es sieht ganz nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen Richtung Endzone aus. Ruder links hinten. Verstanden, Sir. Also ranquenglich, Kanal auf. Ja. Zerstörer nach links, Flugzeugträger nach rechts. Treibstoffmeldung. Ich glaube, wir werden shoppen, Sir. Okay, so nah, auf den Schirm. Jawohl, Sir. Sir, ich bekomme gerade einen UKW-Sender hier rein. Macht das irgendwas? Apple, vorwärts, Augen auf den Monitor. Ist, glaube ich, ein Lambada oder sowas, Sir. Volle Kraft voraus. Ja. Ja. Das war aber keine Befreiung. Nein, nein. Dann hat er ja genug. Das war ein Trick. Ja, ihr bricht nach vorne durch. Das Feld ist offen. Mehr Schub-Turbo. Pull. 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 Sie setzen uns drauf. Diese verrückten Amerikanitschki-Beklöpski. Go, pink, go, November. Go, go, pink, November. Ja. Verdammt mutiger Spielzug. Wer ist für dich, Joe? Oh, klasse bevor klasse. Vorwärts und jetzt der letzte Push. Okay, okay. Hurra. Er schafft es tatsächlich. Ja. Tauchen, tauchen, tiefer. In Bäblinge haben wir das auch schon gekett, Kerle. Leni! Jetzt schlagen Sie doch nicht gleich. Haben Sie ihn ausgesucht? Die Jagd ist vorüber. Na gut, aber wir sind noch nicht zu Hause. Wie viel Zeit haben wir noch mit diesem Ziselaten, äh, Satelliten? 20 Sekunden. Es wird knapp. Wir kommen über den Akkurs, Sir. Fertigmachen zum Abwurf von Anker und Satellit. Fertig, Sir. Jetzt. Jedenfalls, Käpt'n. Jedenfalls. Wir sind verloren, Käpt'n. Das dürfen Sie nicht sagen. Okay, Bill. Alle mal ziehen. Ich werde zählen. 1, 2, 3. 4. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 5. Was ist das, Käpt'n? Käpt'n, was in aller Welt ist das? Ist das am Ende der böse Sektjeman? Ich mach' ihn frisch, Sir. Äh, hey, hey, halt. Ich kenne diesen Mann. Naja, ich hab' mir überlegt, vielleicht wär's langsam mal an der Zeit, die Fronten zu wechseln. Jedenfalls habe ich die Ankerkette mit meinem Messerchen hier gekappt. Guter Mann! Na gut. Äh, Sir, Sie haben, ähm, oh, Sie haben nicht zufällig noch ein Plätzchen frei bei sich. Hier. Tja, ich weiß nicht. Das ist eine ziemlich spezielle Crew. Nicht? Mann, sei nicht so! Alles gut, wir kommen an Bord, Matrose, halten die Arbeit! So wurde durch den Skandal und die Substander dieser groß angelegte Betrug aufgelegt. Und jetzt wollen wir ein paar persönliche Stellungnahmen bekommen. Aus dem Weg quacken des Reporter Gerümpel, lass deinen richtigen Mann ans Werk! Mann, Munkel, wir hätten uns von der italienischen Regierung einen Ur-Tauber angregen lassen! Nein, keine Spieks, kein Kommentar! Mr. Matchwood, Sir! Mr. Matchwood, Sir! Aus, rein da! Na, Michaels, was macht denn Ihr Bericht an Minister Neber? Ich bin noch nicht fertig, damit ich zu beobachten... Ach, immer noch nicht? Nein, ich glaube, ich werde dich noch lange, lange Zeit beobachten müssen. Ups! Ach, da, da habe ich nichts dagegen, Michaels! Anson Skiff ruft den Regenerationsraum, Käpt'n Benner, sind Sie da? Alle Reparaturarbeiten sind abgeschlossen, Sir, und wir sind bereit, die Heimfahrt lang zu treten. Sie sind der Käpt'n. Hey, Super! Wo waren wir stehen geblieben? Lockbuch des Kapitäns, Kommandant Anson Skiff. Ich habe das Ruder übernommen und alles läuft einfach super! Oh, vielleicht nicht direkt super. Naja, vielleicht auch eher mittelsuper oder so. Na, naja, macht ja nichts. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020